Hallo zusammen, willkommen bei Detailing Christmas von Chemical Shark. Heute wieder dabei der Stefan und meine Wenigkeit Oliver. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass die Verlösung für das Zimmöl noch läuft bis heute Abend 22 Uhr. Kommentiert das Video, lasst ein Like da, schreibt was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Also kommentieren bis 22 Uhr. Ganz genau. Und nochmal ganz wichtig, das Zimmöl-Carbon wird verlost inklusive dem HD-Gleans und das ist die neue SiO2-Infused-Version von dem HD-Gleans, von dem Primer von Zimmöl. Ja, vielleicht ganz kurzer Ausblick auf die Woche. Wir haben in dieser Woche noch Videos zum Thema Motorradpflege zusammen mit Peter Hilb. Dann kommt der Fabian vorbei. Der Fabian fährt einen Fisker Karma, also ein hochinteressantes Fahrzeug und wird ein bisschen berichten über die Historie von dem Fisker Karma. Dann haben wir da den Francesco. Der Francesco gehört zu einem unserer ersten Kunden hier bei uns im Ladengeschäft. Mittlerweile Corona-bedingt bestellt ihr online. Online-Bestellungen könnt ihr oben abholen am Selbstabholer-Tor. Und ja, das wird sicherlich eine interessante Woche. Es sind dann auch weitere Videos geplant. Also Kanal abonnieren, auch Benachrichtigungen dalassen, kommentieren und über den Kommentar beim jeweiligen Video nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Und heute haben wir den Hersteller 3D Products in der Verlosung. Ein Preis bestehend aus der 3D ACA 500, der ACA 520 und der Hybrid One. Das sind drei Politouren. Die könnt ihr rotativ und exzentrisch einsetzen. Gerade die 3D Hybrid One ist mittlerweile doch relativ beliebt. Die gibt es bei uns im Shop auch als, ich sage mal, Probe-Packung, als Two-Off, also ich sage mal Shot, also als Test-Packung mit 59 Milliliter. Ja, zum Set passend noch dazu ein entsprechendes Abnehmtuch. unser Two-Face in lila-blau, also ein Abnehmtuch, um Polituren abzunehmen. Alle Polituren sind extrem sparsam anwendbar. Also ihr könnt wirklich extrem lange ausfahren, zicken auch nicht rum. Die 500er, da habt ihr einen extremen Cut mit, ich sage mal, Sending-Entfernung so ab 1000. Die 520er, die passende Finishing-Politur dafür. Und die 3D Hybrid One, die könnt ihr ja über das Pad oder wird hauptsächlich über das Pad gesteuert. Das heißt also, ihr könnt ihr mit Mikrofaser-Pads einsetzen, rotativ, exzentrisch mit Wollpads oder auch mit einem Schaumstoff-Pad. Die lässt sich auch extrem gut ausfahren, liefert auch einen wirklich top Glanz. Mittlerweile bei manchen ist es schon eine der Lieblings-Polituren, weil man sie wirklich universell einsetzen kann, es auch super sparsam anzuwenden. Und ja, man kann auch sehr, sehr gut durch die Politur durchgucken, sodass man das Ergebnis sehr, sehr gut beurteilen kann. Wie gesagt, die gibt es alle bei uns im Set, gibt es im Shop, auch als kleine Proben. Wie gesagt, Mikrofasertuch ist auch dabei. Ihr könnt heimnehmen, indem ihr einfach unten kommentiert. Und so wollen wir die Woche starten. Habt ihr einen kurzen Überblick. Und ja, wieder stecken einen ganz interessanten Preis. Und in diesem Sinne bis bald, bis morgen, bis zum nächsten Video bei Chemical Shark zusammen. Heute der Oliver und meine Wenigkeit. Macht's gut und genießt den Abend. Ciao. Ciao.